Hallo und willkommen zu meinem neuen Video auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch meinen Mountainbike Rucksack vor, den FR Enduro Blackline 16 von EWOG. Mehr nach dem Intro. Ich habe mich für diesen Rucksack entschieden, da mir ein integrierter Rückenprotektor für Bikehacks wichtig ist und man diesen bei längeren Touren entnehmen kann. Der Rucksack verfügt über mehrere Fächer. Auf der Vorderseite befinden sich drei Fächer. Ein größeres Fach für zum Beispiel eine Trinkblase oder andere größere Gegenstände. Ein mittleres Fach für Werkzeug und anderes Zubehör und ein kleineres praktisches Fach für eine Fahrradkülle. Ein Helmfach ist ebenfalls auf der Vorderseite. Dort findet euer Halbschalenhelm oder euer Fullface Helm Platz. Am Bauchgurt ist eine kleine Tasche. Dort kann man zum Beispiel einen Schlüssel verstauen. Links und rechts vom Rucksack sind zwei Taschen, in die man zum Beispiel eine Musikbox oder eine weitere Trinkflasche hineinstecken kann. An der Unterseite sind zwei Haken, an die man zum Beispiel seine Schützer hängen kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Nächste Woche kommt Part 2. Haut rein, euer der Luca. Etumpfcker. Mar��. Schützer, Francesca. Schützer, Lauf. Schützer. Stroh. Schützer.